Ich gehe auf die Bühne und ich habe das einstudiert und ich muss keinem irgendetwas beweisen. Ich möchte mir selber beweisen, dass ich das kann. Und wenn ich es nicht kann, dann möchte ich mir aber auch selber beweisen, dass ich damit umgehen kann. Und das ist irgendwie der große Lernprozess, der große Weg, den man irgendwie macht, wenn man auf der Bühne steht. Also egal in welcher kleinen Rolle oder großen Rolle oder so, aber das finde ich ist so die Quintessenz aus allem, was man mitnehmen kann, wenn man diesen Job macht.